Oh, das blöde Höhlenlevel mit den 100 Rätseln, ey. Aber hey, die Musik ist toll. Jetzt kannst du Start drücken. Das ist der rechte Knopf. Ich weiß. Drück mal Select. Mach ich. Der Startknopf funktioniert grad nicht. Wie, der funktioniert nicht. Der funktioniert nicht. Das kann doch nicht sein. Warte mal. Da hilft eins. Ich steck mal kurz unsere Controller um. Eine kleine technische Panne. Wir bitten um ihr Verständnis. Das Let's Play geht gleich weiter. Bitte haben Sie Geduld. Nintendo und Controller bauen wollen wir ja nicht zu sagen, ne? Unsere Let's Play sind gleich wieder für Sie da. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Hallo? Hey, geht doch. Warte. Jetzt stöpseln wir wieder um. Unsere Let's Play haben gleich ihre technische Panne behoben. Bitte haben Sie noch ein bisschen Geduld. Sie sind gleich wieder für Sie da. So, jetzt kann ich auch wieder zocken. Jawohl. So gefällt mir das. Juhu. Guck mal ein Rätsel. Oh, geil. Ist das mal kurz zu überlegen? Rufi ist auch so ein Idiot, ey. Aber ehrlich. Ich mag die Musik. So. Ja, Hauptsache mein Kirschen abkrabbeln, ey. Ja, sehr. Ich hab Hunger. Ach, nee. Warte. Oh. Jawohl. Korrekt. Nein, warum machst du das? Wir müssen doch die Frische loswerden. Ach so. Ich war das nicht. Ja, nur nicht. Toll, jetzt kommt der Pasi zu uns rüber, ey. Töte ihn nicht. Ja, du bist wirklich nicht der Hälfte. Das war ein Steuerkreuzfehler. Du bist echt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Der wirft doch zurück. Hab ich. Ey. Ja. Kein Problem. 30 Minuten für das Level. Passt schon. Oh, danke. Hey, die werfen sich ja. Geil. Hab ich. Haha, die werfen sich ja einfach gegenseitig die ganze Zeit ab, ey. Das sind echte Helden. Wahre Piraten. Ja, die haben eine Koordination, die ist traumhaft. Der Konex. Der ist gebrochen. Ja, komm, sammel du die Kirsche ein. Du bist ja schon fast wieder tot. Danke. Ich spür dich, die ich immer wieder beleben müsste. Ja, dann sammel ich ab jetzt alles ein. Okay, du Schwein. Das tut mir leid. Ich nehme die Kerze und du nimmst alles andere. Also die andere Kerze. Du kriegst gleich die Diamanten. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, ich weiß wie. Dass du das so schnell siehst. Ich meine, im Teamwerk wäre das einfacher, aber so geht es natürlich auch. Ganz schön gefickt eingeschädelt. Ich wollte jetzt eigentlich wegklicken, aber ich lasse es mal lieber. Dann krall ich mir die Rubine. Richtig. 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 Und ich spiel doch Lust. Die Blut-Diamanten. Ach du. Ach, die Dinger gehen an, sobald wir drauf treten. Ja. Ja, das war ja ganz easy. Aber das hier ist nervig mit dem Stachel. Ach Gott. Links oder geradeaus? Ich würde sagen, links. Oh, dein Gesche. Gut, dass wir Kerzen haben. Ja. Ich habe Angst, dass uns hier jemand erwartet. Danke. Ah, das ist die Sache. Sag mir ruhig ein. Scheiße. Ich wollte die Bananenstauberin-Zipper-Mario-Card einsetzen. Dafür lasse ich dir hier. Ich nehme den sinnlosen Diamanten hier mit. Komm, ich denke ihn ab. Die müssen doch wieder wofür gut sein. Ja, aber ich frage mich wofür. So, die Raten sind echt zugegeben. Haben wir alles, ne? Können wir jetzt oben hergehen. Für mich ist die Tür noch auf. Oh, da war was. Oh, ich kriege die Krise. Na, ist nicht so schlimm. Hier liegt doch einiges rum. Der eine hat aber viel Schafes gegessen. Ja, ne? Oh, mein Gott. Schade. Vergiss es. Schon wieder hier? Schon wieder hier? Oh. 13, 13. So? Ja. Was wird der ästlichen Kröte? Das wird der ästlichen Kröte. Genau, lenkt den Pedder mal ab. Ja, ich lenke den hier ab. Der wirft zum Glück sein Säbel nicht wie der andere. Das fehlt mir noch. Dann nehmen wir das oben her, ne? Ja, mal gucken, was da ist. Oh, ja, die Lohre. Das ist immer geil. Ich will auch. Juhu. Haha. Yeah. Weißt du, was scheiße ist? Wir können uns gegenseitig auch töten. Wenn wir auf den Gleis rumlaufen. Ja, genau. Diese Soundeffekte sind so realistisch. Ich weiß nicht, ist das schon das hammerschwere Rätsel? So. Es gibt doch noch ein schwieriger. Ja. Hier müssen wir aber auf jeden Fall zusammenarbeiten. Mach das. Mach das. Teamwork heißt für beide. Warte mal, ich trinke mal eben ein Schlückchen, damit du die Moderation beim Trinken übernehmen kannst. Ich bin selber am Trinken. Das meine ich ja auch, du Alkoholiker. Ja, auf jeden Fall. Das hilft mir beim Rätsel. Und ich muss trotzdem mal das eine machen, ich sehe es jetzt schon. Ich mache schon mal die, wo ich mir sicher bin, dass sie dahin gehören. Aber schon echt schwer. Aber das ist dann auch das mit der Abkürzung, oder? Ja. Ähm, lass mal kurz gucken. Der ist hier richtig. Ja. Der muss hier, äh, der muss runter, der geht nach oben. Der Grüne kommt hierhin, dann hierhin. Da müssen wir... Der Gelbe kommt dann nach rechts, aber nicht. Ich meine, der kommt hier rüber. Ja. Wir müssen... Nee, Quatsch. Der kommt hierhin. Da muss der Grüne nach oben. Der Gelbe muss nach links, dann nach oben. Dann schießen wir... Ja, das müssen wir, glaube ich, einfach mal austesten. Also der Grüne nach unten und links, und der darf nach oben, ne? Du machst jetzt links, den Grün nach oben, dann den Gelben nach oben. Ich mache die hier eben fertig. Den Gelben nach oben. Der ist den Grün nach oben. Ja. Und jetzt den Gelben nach oben. Okay, und dann? Ähm... Ich muss gerade überlegen, wie das... Das haut nicht hin. Weil das Problem ist, dieser kleine, abgefuckte Hurenbocker... Ja, genau. Da hat keiner hingepasst. Das war echt das Problem. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Das hier wird jetzt ein bisschen dauern. Lass dich nicht ablecken. Ich bin gerade echt konzentriert, das ist das Problem. Das ist das miese Rätsel, was wir nie geschafft haben, ne? Aber... Du machst das schon. Es war ja alles gut, bis auf der obere Linke. Den müssen wir schon hinkriegen. Schießt du die Beine unten links wieder nach oben? So wie gerade? So wie gerade? Oder hört mir, warte mal. Aber dann ist es ja so wie gerade auch, dann passt das ja nicht. Den Grauen nach oben? Den Grauen nach oben? Ja, oh oh. Ja, genau. Ja, das passt und da müssen die... Warte, das ist vom Tempo wieder zu langsam. Jetzt wissen wir es aber. Ja, ich bereite das hier schon mal vor. Schießt. Jetzt alle, ne? Richtig. Ah, du hast es da hinten nicht fertig gemacht. Du musst den Grauen, den hier, Ja, genau. Ich dachte, du hast das... Und den schießt du rüber und ich mach hier unten alles fertig. Okay. So, ich hab da mal was vorbereitet. Man weiß nicht Bescheid. Warte? Es wird jetzt der Überskill. Bam, bam, bam. Ja, aber was... Ja, aber was... Guck mal. Der rutscht ja dann weiter. Ist da an irgendeiner Stelle rechts... Ah, das muss ich... Das müssen wir zum... Ah. Okay, nochmal. Äh... Warte, warte. Jetzt schaffen wir es. Warte. So. Schieß den Grauen hier sofort hoch. Was? Den nach oben. Okay. Warte. Ah! Nein! Ich hab's schon gesehen. Ja, wenn der Knopf... Wenn der Finger schneller ist als das hier. Ja, immer. Oh! Meine Herzen. Ich mach mich ruhig rum. Ist okay. Warte, warte. Timingless grüßen. Den hier. Hoch. Oh Mann, ich... Oh. dreck ich habe dann noch mal was vorbereitet wenn du den hier hoch schießt er schießt zu erst den grau nach oben diesen hier damit ich hier nach unten rennen kann da muss ich ja wieder hier unten hinlaufen ich mache dann ich bin dann sofort nach unten und los geht's ok ich schieße den hoch weil du bist schneller da oh nein scheiße ich wollte ja ja ich habe was wir wissen ja jetzt schon mal wie er ist so warum sind wir zu langsam aber machen das mal andersrum du schießt den grünen ich mache hier unten alles und dann machst du recht sofort alles fertig okay das ist natürlich schlau und so viel bis zu machen bereit das ist noch weiß ich was ich jetzt machen muss den grünen nach unten den oberen hier war schnell den gelben ja 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 high five boah der schiebt hier eine ruhige kuh ist da irgendwas aber wir haben sowieso gleich für nebenarzt ich habe das gefühl dass wir hier die fässer zum stoppen brauchen ja wir brauchen die fässer zum stoppen nimm die das einzelne fass oben links und hauen damit kaputt warte bevor du schießt hatte das hier kann man vorbereiten ich tue einfach mal so als würde ich mit rätseln ist ganz easy jetzt nimmst du den ganz links schießt sie nach rechts ja und jetzt einfach weiter nach oben ich habe gar nicht gesehen dass aufstehen ist ich habe nur ganz jetzt haben wir die abkürzung fertig und dann kommen wir gut dass sie sich immer gegenseitig das gibt es sich aber sie sagen hier ordentlich wieder ein danke jetzt sind wir einmal im kreis gegangen hatte ich guck mal hier unten ja soll man zurückgehen um einfach das rätsel zu machen ja klar ein bisschen schnell schnell danke dir bitteschön ja toll der steckt ja aus warte ich bin da ich gehe rein die sind so blöden die sind echt richtige kameradenschweine ja ne die sind euch noch weniger einig als wir zwei waa ja toll nein einer muss sich immer opfern danke du penner ey ist das bescheuert oh das rätsel ey das war echt der oberknaller was wir hier haben um mich hatten aber ich glaube da wäre ich dasselbe nur dass es schwerer ist oder ja mann pisser hier waren wir noch nicht ne nein darf ich den hier links nach links unten schießen ja und den hier auch nach unten ne ja siehst du wie gut ich bin oh scheiße oh scheiße bist du gut ich will klingeln okay ich bereite dich doch mal alles vor ich glaube du musst erst jetzt kommen sie hihihi 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 komm wirf doch wirf doch pisser wir müssen alle besiegen jo warte den habe ich gleich daumen hihihi hihihi Sehr gut oh Kirschen warte weiter geht's wie weiter da gehen kommt sonst gehe weiter ich gehe nicht da durch wenn du dich nicht beheizt geht doch so ich wollte gerade auf ihn werfen so danke bitte das habe ich ganz vergessen das erinnert mich an mario kart 64 mit den steinen die vom berg ja die schokostrecke so komme ich denn hierher so langsam wie es ist ich komme gar nicht weiter ich freue dich an das schaffst du das schaffst du denk da du darfst nicht getroffen werden komm du schaffst es komm 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 vielleicht lockt dich an die steinern geh weiter ich trinke erst mal ein roh was du schaffst das einfach durch einfach durch ja der stolz auf der anderen seite genau auf der anderen seite kommt runter so dämlicher pirat das sind echt nicht jetzt stelle ich mal an den grünen klotz ja und schießt noch mal jetzt geht es weiter ja jetzt müssen wir hier die richtige reihenfolge das ist ja unfair drück mal die klingel war das dumm ist aber jetzt kommt der rote auf ok ich gehe schnell oben rein oh nein das habe ich ganz vergessen dunkeln rätseln mein fachgebiet ja im dunkeln ist gut munkeln warte ich mache das schon irgendwie ja genau klingel ruhig weiter damit dass meine launen richtig aufbaut ok mal schauen geht denn eine ab oder was ja auf jeden fall ey guck mal du bist da krank ich habe voll Angst irgendwo im weg zu stehen dass ich so einen stein habe guck mal ja wie das doch aussieht wenn er da den steiner macht ja jetzt werden zwei kerzen von vorte muss man muss man ich glaube ich habe ich glaube ich habe genau ja nicht schlecht nur noch hier oben ha 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 ich bin gut äh ich bin gut die brauchen wir nicht mehr er ist eigentlich besser ja da kommt er direkt runter kannst du die alle hier machen ja ja oder hier links wow ich dachte schon schieß jetzt Ja, perfekt. Pass auf, nur gleich, ne? Schieß! Ah, jetzt. Diese Idioten. Was war hier nochmal mit? Hier müssen wir jetzt den Wasserfall ausschalten. Also der Gelbe muss ja das hier wegsprengen, oder nicht? Ja. Wie kommen wir nochmal an den hier ran? Erstmal muss der Gelbe gehen, oder? Der Gelbe ist kein Problem. Der Gelbe weiß ich. Aber wie kommt der da weg? Ach so. Der kann nach links, dann hier hoch, rechts, runter und dann kann er auch da hin. Genau, stimmt. Dann mach erst den Gelben. Ich bereite den schon mal vor. Ja. Schieß runter. Warte, schieß runter. Boah, wir sind gut, ey. Diesmal haben wir es auch mal gecheckt, aber es sind auch nur zwei Steine. Genau. Wir müssen gerade mal eine Stunde, zehn Minuten nach dem Aufleben und sind jetzt schon fast durch mit dem Spiel. Wir sind echt. Man könnte es eigentlich schon als vollständiges Letztest eines Spiels betrachten. Ja, richtig. Oh, gleich kommen die zweitcoolsten Bosse in dem ganzen Spiel. Ich kann mich gar nicht mehr in die einladen. Echt nicht? Ah, doch, 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 doch. Klar. Ich hatte die letzten Wochen im Kopf und wusste nicht mehr, woher die sind, aber jetzt weiß ich es wieder. Ja, geht immer rein, nur beschnallt. Ja, ich komme ja schon. Yeah. Jetzt geht's los. Die hätte mich so ein bisschen mal so Bomberman-Gegner. Ja, ne? Wenn sich der Bomberman verwandelt, hier kann man, glaube ich, auch runterfallen. Ja, das weiß ich noch ganz gut. Ja, natürlich. Aber hier fehlt doch einer, oder nicht? Sonst waren das doch immer zwei. Ein grüner und ein roter. Ja, wechseln die hier sieht nicht ab. Irgendwie so. Ja. Ja, gut, dass ich auch was machen darf. Okay, ich lasse dir die nächsten Treffer. Ja, aber dann treffe ich natürlich nicht. Kannst du ihm auch frontal schön in die Fresse werfen und dann ganz schön aus dem Weg rennen. Uh. Nachher kommen die doch dann zu zweit, oder? Ja. Wenn sie genug Ärsche verloren haben. Ja. Die gefälschten Dicklers. Diese Dick-Buddy-Insektis. Fast war ich aber egal. Also ich habe den Kampf irgendwie aufregend an Erinnerung. Ja, ich auch. Das ist ziemlich einfach. Die sind auch nicht Partie. Schmerzt. Ach, na ja. Wow. Die Kindheitserinnerung ist es wert. Ja. Auf jeden Fall. Oh. War ich zu langsam. Das dauert ja auch Ewigkeiten hier. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja jung. Ja, noch. Oh, der Violett ist ganz schön hartnäckig. Ja, klar. Ich gehe mal nach oben. Okay. Oh. Yes. Juhu. Stufe geschafft. Oh, ich habe wenig Leben. Fällt mir gerade mal auf. Ja. Am besten sammelst du jetzt alles ein. 26 Minuten. Rätseln braucht ganz schön viel Zeit. Schau mal, Papi. Da ist ja das Schiff der Piraten. Und da ist ja auch Pete. Keine Panik. Ich werde dich befreien. Wow. Oh, Entschuldigung, Pete. Na nun, wo hast du denn diese Kleider her? Du, Papi. Das ist nicht Pete. Das ist der Piratenkapitän. Oh, dann müssen wir die Piraten Pete für ihren Kapitän halten. Die sind bestimmt sauer, wenn sie merken, wer wirklich ist. Wir müssen Pete und PG zur Hilfe eilen. Ich glaube, das soll Pete Junior heißen, oder? Ich glaube auch. Da waren die wohl ziemlich froh beim Programmieren. Na, itsten kann mich immer wieder ... Und da war es auf. Bis zum nächsten Mal. Und da war es so.